Jo Leute was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video genau mit mir dem Ketau WTF? Wie lange ist es her? Ein paar Monate. Letztes Video. Discord sucht den Superstar. Das Supertalent, sorry. Aber verdammt, das war lange her. Sorry Leute, dass ich so lange weg war. Keine Ahnung wer mich vermisst hat oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verleiht. Aber ja genau. Wie gesagt, was? What? Wie? Was kommt jetzt noch? Hä? Neues Projekt? Hm, vielleicht. Leute, ich erkläre euch jetzt. Was alles kommen wird, das Video wird ein bisschen weniger umgeschnitten, äh, wird eher umgeschnitten sein, weil ich das schnell rausbringen will. Weil morgen, wenn ich das aufnehme, kommt die neue Season raus in Fortnite. Und jetzt kommt auch die Neuigkeit, wieso ich das heute muss aufnehmen und auch rausbringen muss. Weil ich werde demnächst streamen. Ihr denkt euch, hä? Was? Streamen? Ja genau, streamen. Aber habe ich das nicht schon gemacht? Doch, habe ich. Aber ich habe es auf YouTube gemacht. Ich werde es jetzt auf Twitch machen. Ähm, ich werde meinen Kanal verlinken in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, es wird ein nicer streamen. Äh, ist mein erster Stream auf Twitch? Überhaupt. Ähm. Der Name ist Katao. Standard. Ähm. Profilbild konnte ich noch nicht wechseln. Ich weiß nicht, wieso. Da bugt irgendwas. Aber, ähm, ja. Soviel dazu. Weil, ähm, YouTube hat jetzt was Neues reingebracht. Und zwar kann ich erst, ab irgendwie 1000 Abonnenten glaube ich waren es, erst dann streamen. Also, wirklich no joke. YouTube hat einfach gesagt, ne, du streamst nicht. Du hast zu wenig Abonnenten. Und das ist, weil ich auf dem Handy bin. Und ich sehe gerade, hier ist eine fette Wespe. Oha. Ja, scheiße. Dazu. Soviel dazu. Egal. Sommer. Man weiß halt. Ähm. Aber, es wird noch etwas kommen. Und zwar Unpopular Opinion. Das heißt, ich werde Sachen sagen, die wahrscheinlich die meisten Leute nicht mögen. Ist aber noch immer meine Meinung. Deswegen nicht komplett ausrasten. Und, äh, ja. Ich werde, wie ihr im Titel gesehen habt, wahrscheinlich wird es im Titel sein, einen Clan aufmachen. Ja? Ich glaube, ich werde einen Clan aufmachen. Weil, mich haben so viele Leute gefragt, kann ich bitte einen Clan aufmachen. Und, wisst ihr was? Ey, ihr habt gewonnen. Ich werde einen Clan aufmachen. Ich werde ihn wahrscheinlich die Nonis nennen. Sorry, Leute. Kleine Unterbrechung. Tut mir leid. Jemand hat an der Tür gekloppt. Ja. Ich werde einen Clan aufmachen. Äh. Ich muss noch schnell los. Äh. Er wird die heißen, die No Names. Einfach so. Weil wir keine Schwitzer sind. Wir sind nicht das, das, das. Wir sind eher Trollos. Und, ja. Es wird auf jeden Fall. Ich freue mich übelst darauf. Und. Ja. Wird auf jeden Fall. Ich werde mich wirklich drauf freuen. Aber, Leute. Ich, ich mache nicht einfach Clan auf. Ne, 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 ne. Ich bin nicht so einer. Ich mache nicht einfach einen Clan auf. Nö. Das wäre doch langweilig. Komm schon. Nur Teams da rumschwitzen oder was. Ne, ich mag keine Schwitzer. Puh. Geh mal weg. Ähm. Aber. Ich werde probieren zu veranstalten, dass es Clan Battles geben wird. Und. Disziplin. Wie Death Run. Ähm. Es wird noch ein Video dazu kommen. Wahrscheinlich. Death Run. Ähm. Ähm. Dings. Baubattle. Äh. Äh. So. Ähnlich wie, äh. Counter Strike. Einfach von Map. Und dann kämpft man da gegeneinander. Oder sowas anderes. PvP. Ohne Bauen. Ohne Bauen. Oder Kill Duell. Wer am meisten Kills in der Runde macht. Ja. Wird das was nice. Finde ich. Ähm. Ich habe auch einen, ähm. In der Videobeschreibung. Will ich einfach mal pushen. Und. Ja. Weil er macht gute Streams. Auch auf Twitch. Und er ist wahrscheinlich der Erklang, der sich sofort gemeldet hat. Weil mit ihm hatte ich die Idee. Er hat einen Clan. NLB. Und. Ich sing. Leute. Checkt seinen Kanal auf. Äh. Aus. Link in der Beschreibung. Discord server auch in der Beschreibung. Weil ihr müsst im Discord sein. Damit ihr mitmachen könnt. Weil da kommt auch die Bewerbung mit Bewerbungsformular. Alles rein. Aber es wird nicht einfach irgendwas kommen mit. Hm. Wie viele Kills hast du gemacht? Wie viele Wins hast du gemacht? Nee, 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 nee. Es wird. Nice. Nein, nein. Aber das wird nicht sofort kommen. Morgens Stream. Äh. Wie viel. Keine Ahnung. Abonniert mir einfach auf Twitch. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ihr müsst nicht bei mir kommen. Weil. Ich. Ja. Wahrscheinlich irgendwelche Leute. Die lieber gucken will. Es würde mich aber freuen. Wenn ihr nur vorbeischauen würdet. Äh. Weil letzte Season. Hab ich es probiert zu streamen. Und das war ein bisschen problematisch. Weil. Ja. YouTube halt. Und da hab ich eine Stunde Aufnahme gehabt. Und da hab ich gedacht. Nee, das bringt nichts. Niemand guckt das danach noch an. Deswegen. Unpopular opinion. Ist ein Video. Was noch gemacht werden muss. Also geschnitten werden muss. Und alles. Aber. Freut euch darauf. Leute. Es wird mehr kommen. Mehr. Mehr. Viel Spaß. Schöne Ferien noch. Wenn ihr noch welche habt. Und ciao. Leute. Ich mach's jetzt einfach ganz klassisch so. Wart. Wie geht das nochmal? So. Pschu. abonniert. Ja. Motherfus.